Hallöchen meine YouTuber und YouTube Watcher. Anstatt hin und her zu reden, komme ich gleich auf den Punkt. Letzte Woche habe ich ein neues Projekt namens Roman Explains gestartet. Dieses Projekt ist einfach erklärt. Ich erzähle wieso, warum und wie dieses Video und das gezeigte Video zustande gekommen ist. Gleichzeitig ist das Projekt auch ein sogenannter Sidestream. Also ein Stream, der unregelmäßig kommt. Deswegen habe ich auch einen Zeitkanal erstellt, wo ich diese Sidestreams mache. Ich werde auch diesen Freitag, um den Kanal sozusagen einzuweihen, den zweiten Teil darauf streamen. Den Rest dieses Videos erzähle ich nicht mit Hilfe dem schönen Gesicht, was ihr gerade seht, sondern mit diesem hier. Eine weitere Sache ist, dass ich am 1. September keinen Stream mache, weil ich an dem Tag oder besser gesagt das ganze Wochenende nicht in der Nähe meines Zuhauses bin. Aber weiteres kommt in dem kommenden Highlight Video. Das sollte alles gewesen sein und ich sehe euch dann alle am Freitag wieder. Euer Dermann